Ja, komm her, komm her, dich pack ich mir. Nein, 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 ich bin schon... Oh, wieso denn? Guck mal, alle außer meiner hier. Hey Leute, was geht? Kahn, hier war Spielwerbson Games und Leute, willkommen zu einem neuen Minecraft-Video. Wir werden mal heute wieder Bad Wars spielen, nach Wochen, Monaten. Ich hab glaube ich Sky Wars oder gespielt. Bad Wars hab ich glaube ich auch schon mal gespielt. Definitiv, da war ich aber mega schlecht, ich bin immer noch mega schlecht. Werde aber trotzdem heute meinen Glück versuche, dem Solo-Modus. Mal gucken, ob ich durch das Sneaken jetzt ein bisschen schneller auch bauen kann und alles drum und dran. Ich hab eben mal eine Proberunde gemacht, um das Spiel wieder so ein bisschen aufzufrischen bei mir. Wir sind auf der Map Hollow, das ist ein Hypixel-Net-Server, könnt ihr ja sehen. Und mal gucken, wie lange wir heute überleben werden. Ich versuche natürlich, bei Bad Wars geht es darum, sein Bett zu beschützen, damit man immer wieder spawnen kann. Falls das Bett zerstört ist, dann sporgt man danach nicht mehr. Deswegen werden wir mal heute versuchen, unser Bett zu schützen. So, die Runde geht gleich los, wir sind acht Leute, perfekt, wir sind vollständig. Mal gucken, was uns heute so erwartet. Ich hoffe doch, dass ich das heute ein bisschen schaffen werde. Alles Boilie? Ja. Okay, wir sind grün. Wir brauchen, hier kommt immer das Ding. Hier haben wir erstmal noch nichts. Upgrade brauchen wir jetzt auch immer nicht. Wir müssen erstmal unser Bett schützen. 4 Iron. Nehmen wir mal Wun. Komm, 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 schneller, 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 schneller. Ja, als erstes schützen wir erstmal unser Bett mit Holz und, ja, toll. Komm, wir brauchen ein bisschen, ein bisschen Gold. Gold kommt natürlich ein bisschen, ist ein bisschen rar hier. Nein, ich brauche kein Ding, sondern das hier, perfekt. Jetzt müssen wir erstmal unser Bett hier schützen. So, das machen wir hier. Zockt ihr eigentlich auch Bett, woher es Leute? Schreibt es mal in die Kommentare. Oh, guck mal, guck mal, der erste ist schon da. Der erste ist schon da, ganz sneaky. Ganz sneaky. Ja, komm ruhig, komm ruhig. Ja, komm her, komm her, ich pack mir. Nein, 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 ich bin schon. Oh, wieso denn? Guck mal, alle außer meiner hier. Oh, toll, der hat mein Bett zerstört. Komm her, komm her. Die schnappe ich mir, mein Freund. Oh, toll, jetzt kann ich den nicht mehr spawnen. Ich hoffe, der hat mir nicht mein Gold hier geklaut und alles. So, das heißt, ich muss voll auf Attacke gehen. Ich brauche... Nee, kann ich gar nicht. Ich brauche erstmal was hier. Hallo? Mann! 10 Iron habe ich doch. So, und dann das hier auch. Ich brauche aber noch... Also, mein Bett ist schon längst zerstört. Ich muss jetzt vorsichtig sein. Ich darf nicht nochmal sterben. Das nehme ich mal mit zum Aufbauen mit. Diamond spawnen und wieder... Ach, guck mal, da ist er schon. Nein! Erste Bad Wars Runde voll daneben. So, wir spawnen mal zurück zur Welt. Das ging aber relativ schnell. Aber er hat das auch mega schnell schon gemacht. Also, das Erste, was er gemacht hat, war, sich rüberzubauen. Soll ich das vielleicht auch mal direkt machen? Ich muss auch ein bisschen schneller werden. Wir sind im Lighthouse jetzt. Der war ziemlich schnell, muss ich sagen. Das nehmen wir mal direkt. So, wir warten kurz. Komm schon, 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 komm schon. So, nehmen wir mal direkt. Wo, würde ich sagen, so, wir sind pink diesmal. Okay. Klasse, verbauen darf man sich hier auch nicht. Lass uns ein bisschen vorsichtig sein. Ich muss ein bisschen da einnetzen. Wo sollen wir denn rüber? Kommt hier schon einer? Wir müssen mal schnell gucken, ob hier schon einer kommt. Aber wir könnten zu dem hier rüber eigentlich. Achso, das ist Diamond. Achso, hier, äh, ah, okay, okay. Dann warten wir kurz, okay, drei Diamonds. Dann warten wir kurz hier. Gehen wir gleich wieder rüber. Dann sammeln wir hier ein paar Diamanten ein, dann gehen wir später rüber. Damit können wir natürlich uns upgraden oder noch bessere Sachen holen gleich. Okay, der guckt schon so sneaky. Okay, das dauert mir ein bisschen zu lange. Mal schnell hier rüber, wie sieht es hier aus? Ist hier einer unterwegs? Ne, noch nicht. Na, schnell mitnehmen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall, ne. Okay, was können wir jetzt da noch machen? Potions? Speed Potions? Hm, da brauchen wir, glaube ich. Okay, wir brauchen aber Blöcke auf jeden Fall, damit wir uns rüber bauen können gleich. Ne, haben wir hier nicht. Ne. Ich baue hier. Das kann ich jetzt. Ne, noch nicht. Hier ein bisschen. Dröber, dröber. So, ich habe hier. Und der ist doch schon hier irgendwo. Was? Toll, der hat mein Bett. So, okay, dann habe ich auch sein Bett. Ich wette das war einer vom WC. Ja, komm her. Komm, komm rüber. Komm rüber, komm rüber. Komm. Oh, schon wieder ein Bett hier erwischt. Ja. Komm, das ist ein bisschen zu viel. Kann ich hier in den Itemshop eigentlich? Ja. Kann ich nicht mehr. Ich brauche... Nein! Ich habe ihn ja nicht gesehen. Oh, Mann! Toll, ich habe ihn nicht gesehen. Mann! Machen wir mal nächste Runde. Nächste Runde. Nächste Runde, nächste Runde, nächste Runde. Ich bin immer noch schlecht. Ja, ich merke es. Ich bin immer noch schlecht. Aber ich werde besser. Aber ich habe das Gefühl... Lotus. Ah, okay, hier deswegen. Wir haben auch ein bisschen... Ne, Wasser dachte ich. Ich bin noch alleine. Ja, ich bin wieder... Ich muss wieder neu reinkommen bei Bad Wars. Also so einfach ist Bad Wars dann doch nicht. Wenn ich es mir ganz einfach vorstelle. Wir sind Aqua. Und auch jetzt. Ja, architect suspect. Ja, ich bin einfach mal! Ich bin mit Buddha, ich bin einfach mal! Ich bin argh, ich bin einfach mal! Los, jetzt erst mal, ich brauche etwas Neues, zack, zack. So, dann kommen hier schon die ersten, also der nicht, und hier hat er versucht schon, da muss ich also vorsichtig sein. Ich brauche noch ein bisschen Gold, komm, 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 ich brauche Gold. In der Zwischenzeit kann ich mal schon mal eine Runde nehmen. Ich brauche aber noch, ich brauche noch ein... 12 Gold, oh mein Gott, das wäre ich für eine Mannschaft. Komm, 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 komm. Nein, 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 nein! Warum denn, warum denn nicht? Das verstehe ich nicht. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, beeil dich, beeil dich, der darf da nicht, der darf da nicht. Verschwinde. Oh, das war knapp, das war richtig knapp. Ist der sich hier schon durchgebaut, oder was? Oh, ja, 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 ja. Oh, Mann, oh Mann, ich brauche ganz schnell, ganz schnell was Neues. Komm, 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 komm. Schnell wieder zumachen. Nein, ey, das gibt's doch nicht! Warum denn? Jaaa! Jaaa, nein, nein. Weißt du was, weißt du was, ne, 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 ne. Ich geh zu deinem Bett. Oh, Mann! Jaaa! Jaaa! Jaa, doch hier. Das gibt's doch nicht! Warum ste... Oh, das gibt's doch nicht, Mensch! Letzte Runde! Warum bin ich so schlecht bei Bad Wars? Ich hab was, guck mal, bei allen geht's eigentlich relativ ruhig zu... Ja, wobei, in die Hand nicht ganz. Ah, naja, gut. Hier nochmal zurück. Letzte Runde! Das Ding ist, wenn wir das mit Nina im Duo spielen würden, wir würden total hier ablosen. Aber sowas von total... Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Komm, 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 komm. Eigentlich bringt das hier nicht viel, das Ding hier großartig zu schützen. Deswegen machen wir das mal so. Hauptsache, da kann ich mit Falten und Bogen rübergekommen werden, so. So, das reicht erstmal. So, und dann gehen wir direkt jetzt auf Angriff mal. Okay. Aber sowas von direkt. So. So. Was brauchen wir hier für... Okay. Warten wir noch kurz mit. Warten wir noch kurz und dann gehen wir direkt rüber. Wir benutzen die Wolle nur zum Aufbau. So, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Okay. So, los geht's. Ähm, nee, ich wollte mir eine Axt mitnehmen. So. Ab geht's. Es geht direkt los. Aber jetzt kommt der von der anderen Seite? Nein, der kommt der nicht. So, deswegen bauen wir jetzt mal hier. Dann merkt man nichts. Hm. Dann kriegen wir ihn ja diesmal. Los! Wo ist der? Ich mach's mal von hier. Yes. Ist der hier irgendwo? Oder ist der schon weg? Der ist ja gefühlt schon weg. Naja, zumindest konnten wir ein Bett irgendwie kaputt machen. Schauen wir es hier rüber. Ah, ich weiß nicht. Ah, das ist außerdem blau. Vielleicht können wir zu blau jetzt gleich rüber. Versuchen wir das mal gleich, äh, uns zu blau rüber zu bauen. Bevor der gleich zurück ist. Ähm, dafür kaufen wir uns auch ein bisschen Wolle. So, ich hab das Gefühl, blau ist jetzt da rüber gegangen. So, ich geh jetzt zu blau, Leute. So, ich geh jetzt hier raus. Okay. Was ist jetzt da am Ball? Komm schon, komm schon, ein Bett haben wir schon. Blau ist noch da und grau ist noch da. Also die Runde geht relativ schnell, muss ich sagen. Los, komm schon, komm schon, komm schon. Ich hab das Gefühl, blau ist gerade auch viel unterwegs. Deswegen kümmern wir uns jetzt mal gerade um blau. Ja, war ja klar. Ach, das Bett vom Blau ist schon? Never. Okay. So gut, dann kümmern wir uns jetzt mal um blau. Wo ist denn der blaue hier unterwegs? Der scheint doch hier irgendwo spawnen. Okay, wir nehmen hier auf jeden Fall mit. Und jetzt, auch wenn wir wahrscheinlich nicht zurück zu unserer Basis gehen werden. So, ich gucke gerade noch. Was hat denn eigentlich mehr angehört? Holzschwert hat 7,6. Ne, 4 Angriffschlagen. Siehste? Ich bleib bei meiner Axt. Wo ist denn der Typ? Wo bist du blau? Hallöchen! Ah, guck mal, da ist doch einer. Ach, da ist blau. Guck mal, sieh mal einer an. Läuft hier fröhlich durch die Gegend, als wäre nichts. Der hat aber auch schon eine Idee. Okay, komm, das wäre echt schön. Komm, 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 fight it, fight it, fight it. So, jetzt kommt schon. Nein! 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 Ich bin Zweiker geworden! Das gibt's doch nicht! Leute, was sagt ihr zu Bad Wars? Also mir gefällt die Runde wieder sehr. Kann mich nicht beklagen. Leute, was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare, was euch gefällt. Gern ein Daumen hoch. Wenn euch das gerne gefällt, dann lasst du ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschaui!